weitermachen ist nicht spiel laden ist auch nicht wir starten ein neues spiel und damit herzlich willkommen zu einem neuen aufnahme let's play stream auf meinem kanal hier bei twitch und auch bei youtube gefällt was ich tue dann lasst mir doch auf youtube ganz gern mal ein däumchen unter dem video könnt gerne einen kommentar schreiben wie ihr das findet was ich da veranstalte auch gerade mal so einen schönen kommentare zu dem spiel wenn ihr das gut findet oder nicht gut findet und ich würde sagen auf die plätze fertig los hallo dann servus und hallo sonja so um besorgung zu erledigen benötigen sie eine spezielle ausrüstung kaufen sie die notwendigen muss ich jetzt quasi das tutorial noch mal machen hallo ich würde mich gerne über die leistungen ihres unternehmens erkundigen der frühling steht vor der tür und mein pool ist vom winter noch ungereinigt ich benötige eine vollständige algen entfernung und wasserinfektion mit chlor tabletten schwimmer und wasser kontrollsystem befinden sich in meinem shoppen neben dem pool wenn sie etwas freizeit haben möchte ich dass sie noch eine kleinigkeit erlegen sehen sie ich bin großer fan von quietsche entchen leider habe ich meine kinder einige meiner besten badeenten aus meiner sammlung verloren okay das kennen wir tatsächlich schon aus der demo und uns bleibt ja nichts anderes übrig als dieses zu akzeptieren ich möchte das gerne akzeptieren darf ich das warum darf ich das nicht akzeptieren darf ich es ablehnen der ist kaufen und der speichern ach guck an aber die reinigungsmittel brauche ich nicht kaufen warte mal ich soll kaufen schwamm hochdruckreiniger und behälter mit chlor aber habe ich hier nicht auf die sich ein hochdruckreiniger cash hochdruckreiniger besorgen raumdreher schaufel uv lampe so kaufen sie sich ein behälter mit laut tabletten okay und jetzt gehen sie zu ihrem inventar um die werkzeuge auszurutschen also den machen wir hier hin die chemikalie machen wir hier hin und den schwamm auch hier hin so würde ich jetzt mal so sagen dann können wir jetzt loslegen oh also auch dieses haben wir schon gemacht ich hoffe dass ich das jetzt schnell hinkriege dass wir von der demo nicht so ganz so viel leeren sie den pool reinigen sie den pool und 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 ich würde sagen lose geht's w asd um sich zu bewegen shift gedrückt um sich schneller zu bewegen nachher das war ja mein baum daumengrätsche so entchen mit solchen aufgaben können sie sich mehr geld verdienen lehren sie den pool wie lehre ich den pool ich hab's vergessen ich benötige vollständig ich muss doch wieder gucken einstellungen spielweise ein zurück kontrollen hocken interagieren mit e element verwenden mod inventar umschalten ach warte da ist ein feil warte mal ich sehe den feil i am blond ich hab's rausgekriegt ich finde die nachher auch alle so reinigen sie den pool mit reinigen zu binden müssen sie den schwamm aus dem wenn holen ach da war ja was er ist mir zu langsam der gute mann der ist mir zu langsam blitze blitze sauber tags vor bis kommt brüder und schwestern möge euer heiß und der mob immer sauber sein was euer wasser heiß und der mob immer sauber ok oh wie schön das hier schon blubbert und blubbert bling was bedeutet das bringen ach die prozentzahlen naja du hast aber ne du bist die prozentscheid erhöht Ich weiß schon Bescheid, liebe Sonja Und ich kann dir nur raten Mach weiter Damit das Vielleicht hört der Frust dir auf Das ist aber nicht streifenfrei Meckern Sie mal nicht herum, Herr Von und zu Friedhelm Schlange Wenn Sie mit meiner Arbeit nicht zufrieden sind Dann müssen Sie sich einen neuen Poolreiniger suchen Aber der ist nicht so charmant wie ich Unter Umständen Oder vielleicht doch charmant noch Aber ich glaube nicht Du kannst den Hochdruckreiniger verwenden Warte Äh, Entschuldigung Versuchen Sie es jetzt mit einem Hochdruckreiniger Würde ich ja gerne Das würde ich ja gerne Dann wird das auch streifenfrei sauber Ja, guck mal Wie schön Also spritzen kann ich damit 33% ist noch zu wenig Also In den Einstellungen können Sie den automatischen Waschmodus Einschalten, wenn Sie den Hochdruckreiniger Upgrade ausgerüstet haben Habe ich doch In den Einstellungen Vielweise Nein Kann ich so machen Ah, guck mal Da wollte ich die ganze Zeit auf meine Maus drücken Na, guck an So Füllen Sie den Pool Ähm Füllen Sie den Pool Nee, das macht man mit dem Schlauch Ich muss irgendwann Achso, den muss ich wieder anmachen Ah, guck mal Und den soll ich jetzt Nein, was machst du denn? Stell das wieder hin Stell das dir hin Ja, im Himmel Und du Kann ich den nicht so wegbringen? Muss ich den wirklich zum Auto bringen? Das ist doch doof Schwimmer in den Pool legen Die nehmen wir jetzt mit So Hallöchen Locke Da mussten drei oder so rein Wie viel mussten da rein? Okay Okay, jetzt Wird da ein Schuh raus Tabletten weg Pool ist voll Sehr schön So Jetzt den hier Zack Da rein So Und jetzt heißt es Entchen suchen Zwei haben wir schon Ich weiß nicht mehr, wo die alle waren Tatsächlich Ich nehme jetzt erstmal die offensichtlichen Irgendwo war eine auf dem Zaun Da oben, siehste Die kann ich mich noch erinnern Weil Philipp die vorgesagt hat Ich bin gerade über eine gestolpert Tchada Äh Danke Dann haben wir noch ein blaues Acht von fünfzehn Da liegt noch eins Oh, ich komme nicht durch Ne, ist ein Blümchen Ah, hier klemmt noch eins Im Rohr Genau Diese Kinder Nee, 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 nee Hier war auch noch eins Genau So ein bisschen erinnere ich mich Tatsächlich Also ich würde die ja alle In das In das Dings tun Aber Oh, guck mal hier Ich würde die alle In den Pool tun Die dürften bei mir alle schwimmen Ich liebe Entchen So sehr Ich hoffe, ich habe auch bald mal so viele Warte, da sitzt noch eins Da hinten Da Wieg, 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 wieg Dreizehn Da ist noch mal vierzehn Oh Und jetzt noch eins Ned Ned So, hier noch was? Das heißt, dass wir das letzte End zu finden Andrina Händchen im Merch Shop Wird sofort gekauft Oh, weia Ich habe ja schon die nächste Das nächste Emoji Hat Manu ja tatsächlich Schon angefangen Ihr könnt gerne mal raten, was es ist Nur mal so Gefragt haben wird Tja Where is the last creature Ich habe übrigens neues Spiel Von 2021 Ist cosy Langzeiteinzelspieler Ich bin schon wieder süchtig Auf weia Auf weia Genau, liebe Grit Das ist ein Entchen Ah, ich habe es gefunden Huiuiuiui Herr von Bödefeld So Damit haben wir das erledigt Optional Entchen sammeln Haben wir erledigt Können wir jetzt abhauen E zum Schließen Äh Wie beende ich das jetzt? In einer Poolparty Setzt euch zu mehr Eine Geburtstagspoolparty Für Sabinchen Und Frau Flo Wir gehen in die Wings Haben alles vollständig Und haben Belohnung 100 Dollar Zusatz auf 10 Dollar Ihr aktuelles Geld 160 Dollar Vielen Dank Dass sie die Enten gefunden haben Das sind Sammlerstücke Wer weiß, wo sie Wo diese Gummihändchen Ohne sie landen würden Ich sende ihnen Ein kleines Extra Für ihre Mühe Nochmals vielen Dank Mann Tommy Bis dahin Die Es wird smut Eins Worm Was Und Die Vielen Dank.